Wir haben 2016 mit dem MoVum die ersten sechs Fahrzeuge in Hamburg auf die Straße gebracht. Das kann aber vor den Zielen, die wir haben, vor dem Hintergrund nur ein Anfang sein. Deswegen gibt es die strategische Partnerschaft mit Mercedes-Benz, mit denen wir gemeinsam 1.500 Fahrzeuge elektrifiziert bis 2020 auf die Straße bringen wollen. Die Motivation für die Umrüstung der Fahrzeuge lag darin, dass wir von der Automobilindustrie keine Angebote bekommen haben, über Jahre um elektrifiziert in der Innenstadt zuzustellen. Deswegen sind wir mit dem MoVum in die Partnerschaft gegangen und haben die Umrüstung von konventionellen Fahrzeugen vorgenommen. Die Kompliziertheit des Umbaus hält sich im Rahmen. Es sind überwiegend handwerkliche Wichtigkeiten, die da ausgeführt werden. Die Umrüstung läuft so ab, dass die Fahrzeuge wirklich so angeliefert werden, wie sie auch als Verbrennungsmotor angetriebene Fahrzeuge in den Markt gehen. Dann werden alle Komponenten, die wir nicht mehr brauchen, entfernt. Sie haben so ein Fahrzeug, so eine Art Rohbau vor sich und dann beginnt das Einbauen unserer Komponenten. Ein Elektromotor ist als wartungsfrei zu betrachten. Mit einem Elektromobil fahren sie quasi emissionslos. Das heißt, sie haben keine Emissionen von Feinstaub und Stickoxiden in der Stadt. Zudem fahren sie vom Wirkungsgrad viel effizienter. Sie wirtschaften mit Energie viel besser. Nachhaltigkeit spielt eine ganz zentrale Rolle bei Hermes. Wir haben erst kürzlich eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, in der wir verankert haben, dass wir bis 2025 in allen deutschen Großstädten emissionsfrei zustellen wollen. Bis zum nächsten Mal.